Hallöchen, ein kurzes kleines Wörtchen vorweg, bevor die Folge losgeht. Ganz kurz gesagt, ich habe vergessen meine Audio aufzunehmen und das ist jetzt die Audio über meine Kamera, also über meine Facecam. Von daher ist die Qualität ein bisschen schlechter, aber ich habe versucht das Beste draus zu machen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Part. Ich denke, die Story ist so überragend, dass ihr jetzt auch über diese Audio hinweg hören könnt. Moin moin Leute und herzlich willkommen zu Minecraft Story Mode Episode 4. Ich bin LittleCruplesBrain und wir wollen jetzt erstmal diesen schönen Hebel hier platzieren. Und ich bin sehr gehypt, was jetzt passieren wird. Ich glaube hier immer noch, dass jetzt irgendwas Großes passieren wird. Irgendwas sehr Großes. Auch wenn ich ein bisschen Angst habe. Ich wusste es. Ein secretes Passage? Warum würde ich ein secretes Passage in einem Haus, in dem niemand immer besitzt? Mehr als, warum würde ich nicht? Secretes Passage sind cool. Gut, Punkt. Auch wieder mal. Dann lass uns da mal reingehen, wa? Dude. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Da liegt ein Ei. Die Story, die ich über diese dustige alten Dinge erzähle könnte. Ich sehe nicht mehr Enchantungsbücher. Vielleicht durch da? Lockt, natürlich. Mit Sicherheit. Aber was sind das hier alles für... Ach, das ist eine Gasträne. Ich denke, das sind Gasträne. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir müssen jeden dieser Schätze nehmen. Die Schätze sind super schwer zu bekommen. Du wirst nicht die halbe davon. Es war unsere erste offizielle Mission als Order of the Stone. Wir haben diese Gasträne für Stunden gekauft. Und diese Träne waren unsere Reward. Wow. Jesse, was machst du? Äh, du hast dieses wirklich cooles, rarere Etem? Wir brauchen es, um diese Tür zu entlocken. Hm, sehr gut. Just be careful with it. Okay. Ein Druckschalter hat sich schon mal geöffnet. Okay, weiter geht's. Drachenei. Wow. Ah, alas, yes. The only thing that remains of our final adventure together. No way I'm leaving this behind. Sollten aufpassen. Vielleicht ist das auch wieder nur ein doofer Trick. So reden wir noch mal mit ihm. Eivor hat die Tränser des Order of the Stone, dass er sie stiehlt? Nein, 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 nein. Wir lassen ihn sie halten, wenn wir aufhören. Du lässt ihn deine Tränser halten? Frankly, Jesse, it's a long story. Ha, alright then. Wow. Da gibt's ja auch nichts mehr drin in diesem Gang. Die sind ja einfach nur da. See-Laterne. Hier kommen wir zum letzten Gegenstand. Prismas? Prisma... Prismarin-Scherbe? Oh, ey, der ist genau so ein Vogel wie ich. Okay, eine Sache gibt's noch. Nämlich das Pack-Eis. Okay. Ja, das ist auch schön zu hören. So. Oh-oh. Oh Gott, ich hätte mir merken sollen, was wann war. Da reden wir lieber noch mal mit ihm. Naja, wir müssen das auf jeden Fall so reinwerfen, wie die Abenteuer waren. Ja, das wird auf jeden Fall so sein. Oh Gott. Das Drachenei war das letzte, was die gemacht haben. Die Gastränei waren, glaube ich, das erste, oder? So. See-Laterne. Sorens sagte, diese Lantern wurde kraftiert von Prismarine-Krystall. Vielleicht dann die Crystals zuerst. Prismarine-Krystall. Aus deinen Geschichten, Soren. Well, you know, more or less. Everything I needed was in your stories. Nice work, Jesse. You know, I often give Ivor a hard time, but for all his complaining, his time with the order clearly meant a great deal to him. Yeah, I guess so. Anyway, let's go get that enchanting book. By the stars, the Ender-Dragon with replica Ender-Krystall and all. Wow, I've always wondered, what it looked like. Jetzt sollen wir den nochmal besiegen? Als Test? Hm, no way out. Was? Soren? Soren, what's this thing supposed to be? It appears to be an homage to our battle. with the Ender-Dragon. Despite his anger, Ivor never stopped being fond of us. He was a big part of our team, after all. Ihr habt diesen Drachen besiegt. Ander-Dragon you in the order of the stone defeated, right? No, Jesse. It's just a model. Right, that's my point. If you tell me about the battle, it can help me solve the puzzle. Ha, if only you'd been there. Okay. It was a fight for the ages. We'd spent weeks preparing for our greatest battle ever. But even so, the Ender-Dragon was stronger than even I had imagined one. I realized that it was drawing strength from the Ender-Crystals, and that the Crystals had to be destroyed. I hit the first with a perfectly placed arrow. Okay. TNT. And with the sword then, where's the last? Oh my God, how good. Oh. Du hast das alles getan? Ich glaub nämlich auch nicht. Ich muss ehrlich sein, das kann nicht ganz sein. Das ist irgendwie nicht ganz richtig. Aber fangen wir an mit seiner Geschichte. Er hat erst einen Pfeil geschossen. Dann hat er das TNT da reingebrökelt. Aber das Redstone passt halt gar nicht in die Geschichte. Es ging nie um Redstone. Aber angeblich kam dann das Redstone. Was in seiner Geschichte nicht auftaucht. Und dann kam der Todesstoß von Gabriel. So laut seiner Geschichte. Aha. Da ist noch eine Tür? Äh, what? Ruben, weißt du irgendwas? Ruben, do you know what to do here? Ah, well, it was worth a shot. Ein Versuch, was definitiv wird. Hey, weißt du noch irgendwas? Tell me the story again. Certainly. We'd spent weeks preparing for our greatest battle. Sorry, maybe the short version? It's time. Well, all right. I destroyed one crystal with my bow. The next using a TNT shockwave. Ah, Redstone Cannon. Redstone Cannon, the fourth from upon the dragon itself. And then Gabriel poked it dead with a sword. How was that? Better. Thanks. Aber was sollen wir denn jetzt noch machen? Wir können uns den Banner ansehen. Aber was bringt uns das? Well, ja. Das kann man clearly sehen. Ohne Probleme. Aber wieso ist da denn noch eine Tür? Zu der Tür können wir auch gar nicht erst gehen. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen... Moment. Enderdrache. Hey, Ruben. Give me a boost, will ya? Danke. Oh Gott, was dürfen wir jetzt denn machen? Jetzt den Jump'n'Run und den Enderdrache noch töten oder wat? Oh Gott. Ah. Aha. Ching. You did it. Yes. There's the book. Das Buch. Wait, aren't those the Ender-Crystals? Like the real ones? No. It can't be. Not here. Not after all this time. Warum sind sie hier? Why are the Ender-Crystals in the Farlands? He kept them. The fool actually kept them. He looked me in the eye and swore. He was going to dispose of them. Sorry, was ist das hier alles? What is all this? What in the world is going on here? Jesse, this isn't... This isn't what it looks like. Our story. The story. It's mostly true. I swear, I swear it. Whatever you're thinking, I promise I can explain. Was is wirklich passiert? What really happened, Sorin? If you didn't destroy the Ender-Crystals? I can't. We swore never to speak of it. I think it's time to start... Oh, okay. Okay. I'm afraid I haven't been honest with you, Jesse. We did defeat the Ender-Dragon, but it wasn't exactly like I said. How not exactly? We got rid of it, but we didn't kill it per se. In fact, we didn't even fight it. We didn't even try. Was habt ihr mit ihm gemacht? What did you do to it? We didn't do anything. We used that damned command block. You used the command block to defeat the Ender-Dragon? I'm afraid so. Understand. When I found that blasted block, we were able to defeat the Ender-Dragon. We were able to defeat the Ender-Dragon. But with its help... Oh... Oh... Faster, we could do so much more. The others had no idea what I was doing. Yet the more I used it, the more we came to depend on it. I knew it was only so long before someone would find out. Oh, God! So, I concocted a plan. I would use the command block to blink the Ender-Dragon out of existence. The ender-Dragon out of existence. I was a fool. So, you finally admit it. Soren, how could you? Ivor. How long have you guys been standing there? Long enough that they heard the whole thing. So, we're liars. Yeah. I think you are. You didn't think you could keep it secret forever, did you, Soren? The truth hurts, doesn't it? But Ivor. Why? Hast du den Orden deshalb verlassen? Is this why you left the order? Because Soren lied? Because. They all did. Soren, Gabriel, Magnus, Eligard. They agreed to keep this a secret. How can I take of us? Oh, Gabriel. And you? You agreed to stay quiet too. In exchange for all of our treasures. Oh. I've technically never told anybody. Jesse discovered the truth on his own. So this whole thing, this whither you unleashed, has all been to teach the order a lesson? To teach the world a lesson. To show you who the order really are. Liars, cowards. And now, they know. What is better? How is that any better? You reveal their lies at the expense of the world itself? Look, my wither plan obviously backfired. Ach. You think? I didn't know we'd end up with three of those things tearing the world apart. For a moment. I nearly forgot. We have to hold them. Which brings us back to why we're here. We need to destroy that command block. Like now. Jesse's right. Destroying the command block is all that matters anymore. How ironic that the best thing the command block gave us was the very means to destroy it. Spare us the poetry. It's not your strong suit. I've had this book for years. Okay. Kommen wir endlich zur Sache. Vertragt euch doch wenigstens jetzt. Ich muss ehrlich zugeben, ich find's nicht gut, dass wir alleine mit Eivor gerade in so einem Hinterraum sind. Ich vertraue Eivor wirklich noch gar nicht. Bunch of crafting stuff and... Diamonds score. Diamonds? Damn. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir eine Pickaxe. Eine Pickaxe. Ich glaube, ich könnte eine andere Schwert. Eine Pickaxe. Eine Pickaxe. Wir machen eine Pickaxe. Okay. Okay. Jetzt dürfen wir auch eine Rüstung nehmen. Aber ich möchte Aligards Rüstung behalten. Egal wie cool die sind. Gerne. Okay, was ist hier jetzt passiert? Oh Gott. Hey. Wo ist Magnus? Was ist Magnus? Oh Gott. Wo ist Magnus? Oh Mann. Du wirst es nicht glauben. Du wißt du? Es war alles so, wie du sagst. Für Sorens Fortress. Et cetera. Et cetera. Dann haben wir uns gedacht. Die Endermen. Sie sind nicht genug schrecklich. Ich meine, einige sind. Aber ein paar sind einfach stehen. Siehst du. Being Endermen. Was? 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 Ich habe immer gesehen, was ich über die Fehler für die Vergangenheit der Vergangenheit. Was auch das bedeutet. Wenn ein Mitglied der Order der... ... der... ... der... ... der... ... der... ... der... ... ist da da zu kämpfen, ... dann bin ich da da auch. Gabriel, nein, nein! Ich habe gesagt, du bist nicht wie du bist. Mein Name ist Gabriel, der Warrior. Hermann. Ich erkläre es später. Nein! Petra! Okay. Versprochen. Ich habe eine Waffe. Er hat einfach so ein Kugelfisch-Glas auf den Kopf. Das klingt gar nicht gut. All right. Das wird hart werden gegen drei Witherstorms. Oh, scheiße. Aber bevor wir uns da jetzt gleich reinstürzen, würde ich sagen, lasst erstmal ein Däubchen nach oben da und ein Abo, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid, wenn die nächste Folge kommt. Falls ihr schon da sein solltet, ist ihr da oben auf dem i verlinkt. Klickt da sofort drauf, guckt weiter. Wir sehen uns hoffentlich da gleich wieder. Bis gleich, euer Brain. Kaprrr!